Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein und da sind wir wieder mit John. Nächster Morgen, nächster Tag, die Farm steht noch, Ankel ist noch da, Jack ist noch da, Abigail ist noch da. Ich bin irgendwie gespannt. Ich meinte, wir sind offensichtlich jetzt schon am Ende der Geschichte, aber wie geht das hier noch weiter? Wie endet das Ganze? Passiert noch irgendwas oder ist wirklich Friede vor der Eierguckung? Schauen wir mal. Okay. John, wir haben ein Telegramm von einem Frau von deinem Frau von Bonny, von Bonny, etwas oder anderes. Oh, Bonny meldet sich. Bonny McFarlane, sie ist ein Freund. Ich habe meine Leben, wenn ich nach Bill und mich wieder zuerst getötet habe. Oh, und jetzt sind Sie in der Tat, dass Sie sich in den Namen von einem anderen schreiben. Wie sehr schön. Es war nichts so. Was heißt das? Ich weiß nicht. Ich kann nicht... Na, du weißt, dass ich nicht lesen kann. Gib es hier. Du lebst das Ding aus? Ich habe nichts schüttet. Freund will... Stopp. Neues Cornsacks. Stopp. Emergency. Stopp. Weevils and Moths ate entire county supply. Stopp. Can you help? Not exactly the most romantic request now, is it? I guess not. She saved your life, you say? Yes, ma'am. Well, then you're gonna have to help her and her family out. We've got a plentiful supply of corn sacks over near the silo. By the one thing uncle didn't manage to have stolen while we was gone. Okay. Hurry back, John. And John, what's she like? Well, you know. A little bit like you, I guess. She's a woman in a man's world. John! Wait! Maybe I should meet this McFarlane woman. Well? Come on, man. Let's get going. Okay, and it's a time-critical mission. I don't think I can let you go off again without me. Fair enough. I'm glad about the company. You only had to ask me. Ask me? I was waiting for you to ask me. I thought you wanted to keep an eye on the boy. Oh, while you were off supporting with cowgirls in the next county? I don't think so, John Marston. You only just got home. That Jack has seen enough of me for a lifetime. So, is she married? This phony McFarlane? No. What does she look like? I don't know. Pretty normal, I suppose. Normal? What? Normal like me? No. Normal as in two eyes. About. No. That kind of normal. Besides, ain't no woman fine as you. A little flattery. Now we're finally getting somewhere. If you find yourself in a hole, the first thing to do is stop digging. Another pearl of wisdom from John Marston. I sure do miss those. I never took to you for the jealous type, Abigail. I ain't jealous, so much as curious. You heard what she wrote. It's just some corn. She saved my life. She was decent enough to do me, so I owe her this much the least. How did she save your life anyway? She found me half dead on the side of the road and took me to the doctor. Most folks who had left me there. Half dead from what? Bill didn't take so kindly to me visiting on and now. Bill never came back to you. How was he? Same as he was when we left. Angry and dumb. Taking his revenge out on the world. People down there were really scared of. Bill? You gotta be kidding me. He was only frightening if he was the greatest dumb fool. Bill weren't so bad, but when Dutch went face, Bill took it hard. For a while we all thought we found something right. It was a better way to live, but it was just a lie. Oh, you saw before they did. Maybe. But they were still kind of a family. A family that left you for dead. You knew the truth, John. And they hated you for it. Where did they go? Bill! Those government bastards. Where did they hold you and Jack? I ain't sure. They kept their eyes covered there and back. Can't have been too far from here, though. They treat you right? It ain't the first time I've had a gun to my head, John. You're forgetting your marriage proposal. Very fun. No. They learned pretty quick what would happen if they laid a finger on me. Okay. Eigentlich hätten wir noch zuhören können. Okay. Thank you so much. You lost the entire harvest. Miss McFarland. I'd like you to meet my wife, Abigail. Oh, ain't you quite a gentleman all of a sudden. It's a pleasure to meet you, Mrs. Marston. Likewise. Thank you for saving my husband's life. And for teaching the miserable goat's manners, among other things. I didn't teach him anything. I know better than to try to change a man. You should meet my father. Oh, people can change, Miss McFarland. John and I have to believe that more than anybody. This is a decent first harvest for you, John. You should be proud. That's good land you got there. How are you feeling, Mrs. Marston? From what your husband told me, it must have been awful for you. I've been through worse. And I knew he'd be back before too long. He can't cook a meal to save his life. Abigail, in my darkest hours, when I was most homesick, just the thought of one of your rat meat stews kept me pushing forward. Well, about as amusing as a weeping saddle sore, ain't it, Mr. Farland? If you're gonna start yammering about women's work, John, I'd say you might be in the wrong company. I'd say so too. I'd never felt so outnumbered. Na, da haben sich ja zwei gefunden. Ma'am? Ma'am? Sie bleibt zurück. Okay, dann geht es wieder zurück. Diesmal ohne Zeitdruck. Juli, das war die famous Bonnie. Das war sie, okay. Sie ist schön. Sie ist normal, wie ich gesagt habe. Well, you always wanted to be a rancher. I have thought she'd be just your thing. The perfect rancher's wife. I have saw one. I already got a rancher's wife. I'm only teasing. I like her. And I'm glad she saved your life. Most of the time, anyway. The McFarlins are good people. She did blush better than a shepherd's sunset when she saw you, though. I have that effect on women. You've clearly had one too many blows to the head. You ain't wrong about that, Mrs. Marston. I have a rancher's wife. That's quite a rancher they got there. That'll be us someday. Soon we get back on our feet. I don't know, John. How many times can we start again? An outlaw and a working girl. We ain't exactly farmers. We are now. Forget that life. It's over. Do you really believe that? We have to. It's the only way we'll ever have a future. The life we led, that doesn't go away. It's never over. You think those government men are just gonna leave us alone now? The old gang's dead. I did what they asked. And that's it? The life's proud, forgiven? We're back together, ain't we? Until they decide you owe them something else. Sometimes I think I was the stupid one for believing I could get out. Maybe Dutch, Bill, and Javier were just being honest with themselves. You ain't perfect, John. And I sure ain't. But you're better than they are. Than they were. David, we can't change. But we gotta try. For Jack's sake. Even if we have to start again a hundred times. Better than going back to what we were. How's Jack doing? Angry. Upset. He's been through a lot. I hope he's gonna be alright. It's gonna take time. For a while his world was safe. Normal even. Then it got turned upside down again. He ain't saying much about it. I tried to talk to him. But how do you explain any of this? What do you say when he asks about Uncle Bill and Uncle Dutch? They were his family when he was a little boy. He hides away in those books of his. Wouldn't you? It ain't like the real world's done him many favors. He's just been kidnapped. He grew up with the gang. That's no lie for a boy. We did our best to protect him. Come on John. He saw things no question. Well. Now we got a chance to make it right. We did good today John. I guess I better fix us something to eat. You've got to drink. It's okay. It's okay. It's okay. What did we do with the car? We got it. We got it. Das ist Jack. Ich und deine Mutter, wir machen unsere Sache. Wenn die Zeit von dir kommt, wird es das beste Farm in der Stadt sein. Vielleicht, Pa. Du musst einfach lernen, oder du kannst dich zu essen. Sehr lustig, Pa. Danke, son. Sooner wird es die Zeit von der Kräten. Wir sollten noch ein bisschen Spaß machen, dann. Ist es etwas, was du nicht möchtest, Pa? Ich habe noch nicht die Sache gesehen, aber... als ich das mache, werde ich dir wissen. Du kannst es sogar in einem von den Büchern, du lebst. Vielleicht werde ich das tun. Heute, John Marston stopt zu schießen. Ich bin kein Literärer, Mann, aber... ich glaube, das wird nicht verkaufen. Ich glaube, du bist da, Pa. Du hörst immer über diese Maschine, die einen Mann fliegen? Ja, sicher, Pa, jeder weiß darüber. Du wirst eine dieser Maschine bringen, um die nächste Jahr zum Beispiel eine Demonstration? Eine dieser Maschine kann Menschen in Engels verändern. Eine dieser Maschine kann Menschen in Engels verändern. John, komm hier! John, komm hier! Oh, was kommt jetzt? Ich habe nichts gesehen, Leute. Mega. wenn du die Tür in der Tür geöffnetst, was kommt, was du in der Tür geöffnetst, was du in der Tür geöffnetst, was du? Wenn du, Son? Wenn du? Wer ist denn, Pa? Es ist nur ein paar alten Freunde. Ich und ich, die ahnen, wir haben das. Und du in der Tür geöffnetst, du in der Tür geöffnetst, die Tür und die Tür geöffnetst. Ich höre dir. Dann komm! Ja, komm, laden! Wer kommt denn da jetzt? Was? Was? Was war das denn bitte? Soldaten? Beim zweiten Schuss? Was geht denn jetzt hier ab? Ich sehe überhaupt nichts, Leute. Deckung wechseln. Geben wir auch mal hier. Haben wir noch Medizin? Die letzte. Warte mal. Nein. An der Seite ist jemand. Was trümpfen die denn eigentlich so? So, lass mal nachladen hier. Ich habe es gemacht, was du wolltest. Was war das, Leute? Was wollen die? Das hat doch keinen Sinn. Das hat doch keinen Zweck. Oh, was wollen sie? Ich weiß nicht, Junge. Was auch immer es ist, es endet hier. Oh, schau mal, wie viele es gibt. Sie werden uns töten, oder? Nein. Ich werde das nicht passieren lassen. Oh nein, Ankel. Scheiße. Von hinten kommt sie auch. Wir haben keine Medizin mehr. Uns geht es nicht gut, Leute. Erst mal nachladen. So, verdammt. Oh mein Gott. Jetzt wird es unangenehm. Wir wechseln mal die Wand. Wir wechseln mal die Wand. Schau mal die Wand. Hör auf! ! I don't know you. Ich gebe dir genug Chancen, um weg zu fahren. Oh, nein, in the second tanker. I won't let you take him again! Oh, er lebt noch. Er lebt noch. I don't know you, this is how it had to be. Häng in there, Uncle! I'm going to get you out of here safe. Ain't time, John. I ain't gonna make it off this porch anyhow. Ja. Du gehst Jack und Abbot. Geh sie und... Geh sie nicht über mich. Geh sie weg hier. Nein, mein Vater, bitte. Oh mein Gott, sie haben ihn verletzt. Komm schon, son. Wir können nichts für ihn jetzt machen. Geh sie weg! Wir sind die Pfanne. Ich werde aus dem Silo gucken. Ihr beiden gehen in den Pfanne. Geh die Hände bereit. Ich werde dich dort treffen. Oh mein Gott, schon wieder Neuanfang. Schon wieder eine Flucht. Geh sie weg! Wir gehen nach den Pfanne. Halt auf die Hände! Ich sehe sie! Geh sie! Wir gehen nach den Pfanne! Halt! Auf die Hände! Geh sie nach etwas! Warum machst du das? Ich sehe kaum, was der Busch ist. Mist. Okay, erstmal nachladen. Das Schlimme ist, unser Sohn wird ja jetzt auch verstrickt. Direkt hier gegen die Armee. Oh! 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 Niemand, diese Schmerzen, die hier allein bleiben! Keine Neuanfang, ohne Angst zu sterben, Freund! Jetzt! Schraub uns! Oh nein, von der anderen Seite. Von der nächsten. Oh nein, hier, direkt bei uns. Oh, verdammt, Abigail hat es erwischt. Oh, verdammt, die letzte Deckung war nicht gut. Wir hätten zwar anders verschanzen müssen. Versuchen wir nochmal unser Glück. Okay, zu Fuß oder vom Silo steht hier. Mach einen Rund vor dem Bord! Los geht's! Geh! Okay, du bist geschlossen! Jetzt gehen! Geh! 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 Wir müssen alles hinlaufen. Nee, sie sind hier hinten. Okay, das ist irgendwie richtig Mist. Boah, jetzt hat es uns hier hart erwischt. Das Pferd. Oh nein, jetzt ist Jack gestorben. Okay, nächster Versuch. Okay, nächster Versuch. Von da kommt auch einer. So, der holt ab, aber dahin ist seiner. Ich glaube, wir haben es jetzt. Sind die da jetzt? Okay, die haben sich in die Scheune begeben, alles klar. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Now, go! Get! Okay. 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 Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, bury me not on the Lone Prairie where the coyotes wail and the wind blows free and when I die don't bury me neath the western sky on the Lone Prairie on the Lone Prairie hmm ja, Mensch und genauso, ungefähr genauso wie Retta 2 geendet hat damit, dass wir John weiterspielen konnten nachdem Arthur tot war können wir nun offenbar mit dem älter geborenen Jack weiterspielen in dieser Welt zumindest während John tot ist und auch Anke liegt hier und das ist genau der Ort wo ja, wo dieser komische gemein geheimnisvolle Mann zuletzt mit John gesprochen hat da hatten wir schon für gemutmaßt, dass das sein Schicksal ist gewissermaßen der Tod als Person und warum ist John da rausgegangen man könnte vielleicht sagen, er hätte mit Abigail ja mitreiten können aber John wusste genau das Ganze wird niemals enden und und indem er da rausgeht und sich gewissermaßen opfert haben zumindest seine Frau und seinen Sohn irgendwie die Chance ja ein anderes Leben vielleicht doch nochmal anzufangen ein normales Leben zu führen in gewisser Weise blieb ihm keine Wahl oder das war für ihn die einzig denkbare Entscheidung ok, liebe Leute wir sind damit ans Ende gekommen von Red Dead 1 ich will noch ein bisschen meine Gedanken sammeln und werde auf jeden Fall nochmal so eine Art Fazit Video machen zum Spiel wo ich sicher auch nochmal Bezug nehme auf Red Dead 2 und die Verschränkung gleich einen kleinen Vergleich ziehe ja, bis dahin verabschiede ich mich erstmal bis dann macht's gut euer Steinwall